Hi, mein Name ist Can und ihr seht jetzt das neueste Video zu Alex' kleiner Welt. Die gar nicht mal so klein ist. Die gar nicht mal so klein ist. Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zur Gamescom, also nach Köln und wie ihr gerade schon gesehen habt, ich bin nicht der Einzige und ja, also wie ihr seht im Moment, da ist eine richtige Masse und da ich natürlich keinen Bock habe, mich in den Zug zu dringeln, mache ich es auf die Einzige Variante. Ich springe einfach nach Köln. Wenn ein Chandas kann, kann ich das auch. Also. Positionieren. Und. Moment. Positionieren. Und. Oh, halt. Ich bin nicht so drin. Fuck, das hat immer mehr springt in mir. Positionieren. Und. Ich bin nicht so drin. Ich bin nicht so drin. Ich bin nicht so drin. Ich bin eher auf jeden Fall. tratank. Das war's. Das war's. Und damit herzlich willkommen. Ich bin jetzt auf dem Messegelände angekommen. Der Gamescom. Na. Messekön. Gamescom. Ich bin jetzt angekommen und hiermit geht jetzt der Vlog los. Viel Spaß. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020